Der zweite Eure des Kronenschatzes als Erfolgsprämie. Zweiter Teil aus dem Schloss. 50-50. Die Hälfte. Oder mach ich's nicht. Natürlich die Prinzessin zufrieden. Papa! So soll es sein. Und dann? Gut, hab's dir nur erschlossen, als erlöst. Erlöst von einem aus den Geschwächen, die er anzupfen. Gut, gut. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.